Früh am Morgen liegt ein Hund mit seinem Benni noch im Körbchen und macht ein Nickerchen. Die haben die ganze Nacht dazu gebracht, oder? Naja, es sieht jedenfalls so aus und ich glaube, es könnte beiden auch gut gefallen. Aber der Benni hat sich eben erst dazu gelegt, weil ich glaube, auf Dauer und für die ganze Nacht müssten wir das etwas größere Modell von dem Körbchen bestellen. Aber es sieht auf jeden Fall sehr kuschelig aus.